Ja, schön euch heute Morgen hier zu sehen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr da seid und mit uns Gott sucht, mit uns nach Gott fragt. Er ist wirklich unsere Hoffnung, unser Licht. Er ist unser wunderbarer Ratgeber. Er ist derjenige, von dem wir leben, die Quelle des Lebens. Wie Petrus zu Jesus sagt, wo sollen wir denn sonst hingehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und das ist auch das ganze Thema des Buchs der Sprüche, dass ein Vater, der so gerne seinem Sohn, seinen Kindern Weisheit vermitteln will, ihnen Orientierung geben will, guten Rat. Und so wie der Psalmist sagt, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Unser Lebensweg ist doch so verborgen, so dunkel, so neblig. Und wenn du im Dunkeln mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs bist, du brauchst ein Licht, damit du weißt, wo du langfahren musst. Dass du nicht plötzlich irgendwo gegen einen Baum fährst. Dass du nicht plötzlich irgendwo im Graben landest. Du brauchst ein Licht und das ist sein Wort, was er uns gegeben hat. Und ja, wir sind im Sprüche, Kapitel 14. Eigentlich hatte ich mir so ein paar Verse vorgenommen, aber irgendwie bin ich dann doch nur an einem Vers hängen geblieben, sodass wir uns damit intensiver, eingehender, tiefer befassen und einfach eintauchen in die Weisheit Gottes und beten einfach kurz. Vater, wir bitten dich, dass du uns lehrst durch deinen Geist. Dass wir, ja, dass uns ein Licht aufgeht. Dass wir Wegweisung und Orientierung bekommen für unser Leben, Herr. Danke, dass du zu uns sprechen möchtest. Dass du freust dich, wenn deine Kinder kommen und sich zu deinen Füßen setzen und ja, einfach dir zuhören und ja, von dir empfangen. Hilf du, dass die Worte, die ich spreche, dass sie nicht von mir sind, sondern von dir, Herr. Und dass, ja, dein Geist in uns deutlich macht, Herr, und spricht, Herr, was du zu uns zu sagen hast. Herr Vater, wir danken dir, dass du hier gegenwärtig bist, wie du verheißen hast. So sprich du und wirke durch die Kraft deines Geistes in unserem Leben und arbeite und wirke du an uns und stärke uns, wie wir vorhin gehört haben, für den Kampf, in dem wir stehen. Herr, danke, dass du uns alles gibst, was wir dafür brauchen. Danke, dass du mit uns bist und auch hier gegenwärtig jetzt. Amen. Ja, und der Spruch, den wir uns angucken, ist Sprüche 14, Vers 10. Hier in der Elberfelder wird es übersetzt. Das Herz kennt sein eigenes Leid und kein Fremder kann sich in seine Freude mischen. Und dieser Vers ist im Hebräischen, das ist ja ein Stück Poesie. Das ist, ja, das sind, Poeten sind Menschen, die mit Worten etwas Schönes darstellen können, die Worte gebrauchen können, um einen guten Inhalt, einen wunderbaren Inhalt in schöne Form zu packen. Und dieser Vers ist wie, wir hatten auch schon mal so einen Vers betrachtet, der so wunderbar aufgebaut ist. Mein Bruder Stefan meinte, ich sollte das Bild Sandwich benutzen, vielleicht ist das hilfreich. Also ja, das im Zentrum ist das Beste sozusagen oder das Wichtigste oder das, worauf der Fokus gerichtet ist. Und drumherum baust du das Ganze so auf, du hast eine Scheibe Brot und auf der anderen Seite eine gegenüberliegende Scheibe Brot, und dann hast du ein Stück Salatblatt auf der anderen Salatblatt, dann irgendwie so eine Tomate und da eine Tomate und in der Mitte ist dann, was weiß ich, das Steak. Achso, das vegane Steak, ja gut, für die Veganer hier unter uns, für die Vegetarier. Ja, und so ist das hier mit diesem Vers. Ich lese ihn mal so in einer Übersetzung vor, wo das vielleicht ein bisschen deutlicher ist. Ich habe versucht, das so ein bisschen umzuformen, wie das im Hebräischen, in der Ursprache eigentlich so steht. Das Herz kennt die Bitterkeit seiner Seele und in seine Freude mischt sich kein Fremder. Im Zentrum dieses Verses steht die eigene Seele. Meine Seele. Wisst ihr, der Herr wird in der Bibel auch beschrieben als der Hirte und Aufseher unserer Seele. Sein, unsere Seele ist ihm wichtig. Sie steht im Fokus. Er ist der Retter unserer Seele. Aber was ist denn die Seele? Das ist so schwer zu fassen. Was ist die Seele? Und hier steht jetzt auch noch Folgendes, dass die Seele, sie hat Leid, sie hat Freude. Aber wer kennt das Leid, die Bitterkeit, die Freude unserer Seele? Wer kennt es? Das Herz. Was ist denn das Herz? Ja, das ist die Pumpe. Aber wenn hier vom Herzen die Rede ist, dann ist was anderes gemeint. Nicht die Pumpe. Die Pumpe ist ein Muskel. Die kennt nichts, die weiß nichts. Auf der anderen Seite, die eine Seite ist das Herz, die andere Seite des Sandwiches ist der Fremde. Der kennt es nicht, der mischt sich da nicht hinein. Der hat da keinen Anteil dran, an dem, was meine eigene Seele betrifft. Das Herz kennt die Bitterkeit seiner Seele. Aber in seine Freude mischt sich kein Fremder. Ja, wie ist das? In 1. Korinther 2, Vers 11 gibt es auch einen interessanten Vers. Da sagt Paulus, niemand weiß, was im Innersten des Menschen ist, als nur der Geist des Menschen. Da wird so ein anderer Begriff benutzt, der Geist. Hier wird es das Herz genannt. Was ist der Geist des Menschen? Es gibt eine andere Stelle, da sagt Paulus, Gott möge euch bewahren an Geist, Seele und Leib. Da stellt er uns irgendwie so drei Bestandteile des Menschen oder drei, ja, benutzt drei Worte, um uns zu beschreiben. Wir kennen das, Seele und Leib. Diese Vorstellung haben wir so. Da ist die Seele und da ist der Leib, der Körper. Das ist das, was wir vielleicht am ehesten fassen können. Und über Jahrhunderte haben sich Menschen mit dem Körper befasst, haben den intensiv erforscht. Wie funktioniert der? Was kannst du da alles feststellen? Wie hat Gott diesen Körper so wunderbar gemacht? Es ist großartig, das irgendwie zu erforschen. Und je mehr du dann erforscht, desto mehr kannst du auch an diesem Körper arbeiten. In guten Dingen und in schlechten Dingen. Das Gute zum Beispiel, jetzt letzte Woche war ich bei meinem Vater, der hatte grauen Starr. Sein eigenes Auge hatte so einen richtigen Schleier drauf. Konnte nicht mehr richtig gucken. Und durch diese ganzen Forschungen haben sie rausgekriegt, ja, was ist eigentlich die Ursache für diesen grauen Starr, den so viele Leute irgendwie im Alter irgendwann erleben. So diesen Schleier, dass man dann nicht mehr richtig gucken kann. Und stellen fest, ja, es ist eigentlich nur die Linse. Und ja, wir können eine Linse bauen und können die einsetzen und das funktioniert. Und dann hat er eine OP gehabt am Montag, wurde ihm eine neue Linse eingesetzt ins Auge. Das ist unfassbar, wie man das macht. Und dann kurzer OP. Am selben Nachmittag kommt er nach Hause, ist frisch und fröhlich. Hat noch eine Augenklappe drauf. Am nächsten Morgen kriegt er vom Arzt die Augenklappe abgenommen, macht das Auge auf und sagt, was? Das ist ja der Wahnsinn. Ich kann sehen. Ich dachte, mein eines Auge wäre gut, aber das ist ja gar nicht gut. Das ist jetzt gut. Wir haben so viel Wissen über den Körper angesammelt. Ja, der Körper ist die Materie, das Materielle an uns Menschen. Das kannst du mit den Augen sehen, das kannst du anfassen. Aber es gibt etwas am Menschen, im Menschen, in dieser Welt, was über das Materielle hinausgeht, was du nicht greifen kannst. Und die Menschen versuchen es. Und die Menschen versuchen es. Und die gottlosen Wissenschaftler versuchen es, in der Materie zu finden. Und ja, da gibt es Verbindungen, Zusammenhänge zwischen Materie und dem Unsichtbaren, dem, was die Seele betrifft. Da gibt es Zusammenhänge. Aber doch geht die Seele nicht völlig auf im Materiellen. Die Seele ist nochmal was anderes. Wenn jetzt von Geist und Seele die Rede ist. Ja, manche Menschen deuten das dann so und sagen, okay, die Seele, das ist das Empfinden, das ist das Gefühl. Gefühl, das ist eine Seele von Mensch, ja, der hat so ein großes Gefühl, so ein großes Empfinden, sagt man dann. Und der Geist, ja, das ist bestimmt der Verstand, ein geistvoller Mensch. Der hat es drauf irgendwie, der kann gut reden, der hat kluge Gedanken. Dann sind wir bei diesem Gegensatz, Ratio und Emotio, also Verstand und Gefühl, geht es darum. Der Verstand kennt das Gefühl. Nee, das ist es nicht. Wenn Paulus und die Bibel vom Geist des Menschen reden, dann sprechen sie eigentlich von etwas ganz anderem. Die Seele, die ist tatsächlich unsere Person, unser ganzes Sein, unser Wesen, unser Charakter, unser Gefühl, aber auch unser Denken. Was ist nun der Geist? Ich würde es so beschreiben. Vielleicht würde jemand anders das ein bisschen anders beschreiben, aber nach dem, was ich so von der Bibel verstehe, was ich gelesen habe, meint Gott eigentlich mit dem Geist etwas, was bei dem normalen Menschen tot ist. Sagt der Geist, der Geist war tot. In unseren Übertretungen, in unseren Sünden ist unser Geist tot. Im Grunde sind wir so eine Art, wenn wir als Sünder in dieser Welt leben, gottlos durch die Gegend rennen, sind wir so ein Stück weit wie so eine Henne ohne Kopf. Das zappelt noch, da ist noch Leben drin. Aber über kurz oder lang ist es klar, das Viech wird sterben. Das Viech ist dem Tode geweiht. Denn das Wesentliche, das Wichtigste ist Tod. Und so ist es auch in der Bibel ganz deutlich. Gott hat gesagt, wenn du von diesem Baum nimmst, und was ist das? Wenn du mir nicht mehr vertraust, wenn du mir nicht vertraust, sondern mir misstraust und dein eigenes Reich aufbauen willst. Wenn du aussteigen willst, aus dieser wunderbaren Schöpfung, die ich gemacht habe, aus dieser wunderbaren Ordnung, die ich gemacht habe, aus diesem verantwortungsvollen Position, die ich dir gegeben habe in dieser Welt. Wenn du aussteigen willst und dein eigenes Reich bauen willst, dann wirst du sterben. Und was ist passiert, als sie die Frucht genommen haben? Sie sind nicht tot umgefallen. Sie haben weitergelebt. Aber das, was kaputt gegangen ist, was tot, gestorben ist, ist ihre Verbindung zu Gott. Ihr Liebesverhältnis zu Gott, die Einheit mit Gott. So würde ich den Geist des Menschen beschreiben, als sein Verbindungsorgan zu Gott. Wir haben ja so verschiedene Organe. Und wenn ein Organ in meinem Körper kaputt geht, wenn zum Beispiel meine eine Niere kaputt geht, dann kann ich noch weiterleben. Ich habe ja noch eine zweite. Aber wenn so ein lebenswichtiges Organ kaputt geht, dann bin ich dem Tode geweiht. Und vielleicht hält es noch eine Weile durch, aber irgendwann ist dann Sense. Und so ist es mit dem Geist des Menschen. Wenn der Tod ist, dann sind wir verdammt, dem Tode geweiht. Unsere Verbindung zur Quelle des Lebens ist unterbrochen. Unsere Verbindung zur Quelle der Liebe ist unterbrochen. Und das Wunder, was Gott uns geschenkt hat in Jesus Christus, in dem Evangelium, ist, dass er unseren Geist auferweckt von den Toten. Unseren Geist lebendig macht. So sagt er es im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das haben doch die meisten von uns, kennen das doch. Als dieser Sohn, der weggelaufen ist vom Vater, weil er sein eigenes Leben leben wollte. Weg vom Vater. Ich will mal richtig auf die Pauke hauen, will mal Spaß haben im Leben. Nicht mal bei Papa zu Hause sein. Und dann fällt er voll auf die Schnauze. Und als er dann richtig unten ist, dann kommt diese Erinnerung. Der Vater sucht ihn in seinen Erinnerungen heim und lockt ihn und zieht ihn mit dieser Erinnerung. Da ist ein Vater, der ist gut. Der ist gnädig, der ist barmherzig. Bei ihm kann ich Leben finden, wahres Leben, Leben im Überfluss. Das, was ich gesucht habe hier, das ist nicht das Leben, das ist nur Zerstörung. Ich will das Leben. Und es passiert eine Auferstehung. Er steht nämlich auf aus der Schweinekuhle und geht nach Hause zurück, kehrt um, bekennt seine Sünde. Vater, ich habe gesündigt, ich habe mich getrennt von dir. Ich bin nicht mehr würdig, dass ich dein Sohn heiße. Aber was sagt der Vater? Er rennt ihm entgegen. Er nimmt ihn in die Arme. Er küsst ihn. Er sagt, du bist mein Sohn. Und er ruft hinaus, dieser mein Sohn war tot. Aber jetzt lebt er wieder. Das ist das wunderbare Geschenk, was Gott uns schenkt, wenn das Evangelium uns trifft, wenn wir erkennen, Jesus ist dieser Vater, der sein Leben für mich gegeben hat und all meine Sünde hinweggenommen hat. Und der mich wieder annimmt, aufnimmt, der mir neues Leben gibt, der mich in seine Familie aufnimmt, dass ich ein Kind Gottes bin, wozu ich eigentlich geschaffen bin. Und was passiert, wenn ich dieses Evangelium aufnehme und mein Glauben, mein Vertrauen widersetze auf den lebendigen Gott, auf meinen Schöpfer, was passiert dann? Es passiert Auferstehung, neues Leben. Mein Geist, der tot war, wird lebendig. Dieses Organ wird lebendig. Mein Geist und das sagt Paulus, unser Geist und der Heilige Geist zusammen bekennen, dass wir Kinder Gottes sind, dass Gott unser Vater ist. Und während wir lebendig gemacht werden, empfangen, oder der, der uns lebendig macht, ist der Heilige Geist, der in uns kommt. Der Geist Gottes geht aus und kommt in uns hinein und berührt unseren Geist, dass er lebendig wird. Und noch mehr, er vereinigt sich mit unserem Geist. Das sagt Paulus. Er sagt in 1. Korinther 6, die dem Herrn Jesus angehören, sind ein Geist mit ihm. Und da bezieht er sich auf diese Anfangsstelle, wo Gott Mann und Frau schafft und sagt, sie sollen ein Fleisch sein. Ehemann und Ehefrau, sie sollen eins sein, in der Liebe verbunden. Zwei verschiedene, die aber eins sind in der Liebe. So sind wir, wenn wir den Heiligen Geist empfangen und er unseren Geist lebendig machen. Ein Geist mit ihm. Unser Geist und der Geist Gottes. Und das nicht, dass ihr denkt, ich erzähle hier irgendwie Quatsch. Römer 8 sagt er, Das ist eine wunderbare Stelle. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist. Der Geist ist der Heilige Geist, der Geist Jesu, der Geist der Sohnschaft. Er lebt in uns. Er bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind, aber nicht nur dieser Heilige Geist von Gott, sondern zusammen mit unserem Geist. Eins bezeugen sie, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist diese Heilsgewissheit, die wir empfangen, wenn wir Kinder Gottes werden, wenn wir von Neuem geboren werden, wie Jesus das in Johannes 3 sagt. Du musst von Neuem geboren werden, aus dem Geist geboren werden. Und wie macht man das? Wie kann man das? Schlicht und einfach, indem du sagst, Herr, ich nehme dich als meinen Herrn, als meinen Retter an. Das, was du für mich getan hast. Ich will das annehmen. Ich will dein. Ich will zurück zu dir. Ich will zurück zum Vater. Ich will nach Hause kommen. Und ich will dich annehmen als meinen Vater, als meinen Hirten, als meinen Retter, als meinen Herrn. Ich will mit dir gehen. Und dann passiert das. Dann wirst du von Neuem geboren, aus dem Geist. Und dein lebendig gewordener Geist wird ein Geist mit dem Herrn. Und zusammen bezeugen sie, dass du ein Kind Gottes bist. Das ist das wunderbare Geschenk, was wir haben. Und wofür wir Gott ewig dankbar sein werden. Das ist diese Hoffnung, die wir haben, die uns niemand rauben kann. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unser Herz. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir haben eine neue Identität. Wir haben begriffen, was wir eigentlich sind. Und das sind wir in Ewigkeit. Für immer. Weil Gott ein ewiger Gott ist. Er hat uns nicht bestimmt zum Tod, sondern zum Leben. Zum ewigen Leben. Das Herz des Menschen kennt die Bitterkeit seiner Seele. Der Geist des Menschen kennt sein Innerstes. Ein lebendig gemachter Geist kennt die Tiefe der Seele. Kennt auch die Freude. Was besagt jetzt nun Sprüche 14? Ich musste an Folgendes denken. Folgende Situation, die uns sicherlich oft schon mal begegnet ist. Entweder sind wir auf der einen oder auf der anderen Seite. Da ist jemand, der geht durch eine schwere Zeit, durch ein großes Leid. Und da kommt einer und sagt, du, ich verstehe dich. Ich weiß, was du durchmachst. Ich weiß, wie du dich fühlst. Und für den, der durch diese große Not geht, sind diese Worte nur leer. Sie sind fast schon hohen. Wie kannst du wissen, wodurch ich durchgehe? Du weißt doch gar nicht, was ich durchmache. Warum sagst du das? Das sind falsche Worte. Das ist Anmaßung. Wir sind so schnell, manchmal solche Worte zu sagen. Ja, du hast es echt schwer. Ich weiß, was du durchmachst. Aber ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein Fremder. Ich kenne das nicht. Ich kenne dich nicht. Ich kenne dein Leid nicht. Ich bin nicht in deinen Schuhen. Ich bin nicht vertraut mit deinem Leben. Ich habe das selber nie erlebt, was du erlebt hast. Wie kann ich dann sagen, ich verstehe dich. Ich weiß, wie du dich fühlst. Nur das Herz kennt die Bitterkeit seiner Seele. In seine Freude mischt sich kein Fremder. Letztendlich sind wir alleine mit unserem Leiden, auch in unserer Freude. Wir sind Individuen, Einzelne, Vereinzelte. Der Spruch macht das deutlich. So richtig kennen, tut uns keiner. Selbst die, die uns ganz nahe sind, sind uns manchmal so fremd und so fern. Und doch hat Gott uns einen Auftrag gegeben. Er hat uns gesagt, freut euch mit denen sich freunden und weint mit den Weinenden. Römer 12, Vers 15. Ja, er sagt es sogar über die Gemeinde. Er sagt, die Gemeinde, das ist wie ein Körper. Und wenn ein Körperglied leidet, dann leiden alle mit. Und wenn ein Glied verherrlicht wird, dann freuen sich alle mit. So soll es in der Gemeinde sein. So soll es unter den Kindern Gottes sein. Ja, das Gesetz Christi wird uns gesagt in Galater 6. Es gibt ein Gesetz. Jesus sagt, ein Gebot gebe ich euch. Paulus spricht von dem Gesetz Christi. Einer trage des anderen Last. Das bedeutet, wir sind eigentlich dazu berufen, teilzunehmen an dem, ja, an der Tiefe des Lebens meines Nächsten, meines Bruders, meiner Schwester. Wir sind aufgerufen dazu, mitzufühlen, mitzuempfinden. Aber wir sollten uns hüten, schnell das zu sagen. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, sagt Jakobus. Wenn da einer ist, der durch eine tiefe Zeit des Leidens hindurch geht, ja, wo wir den Eindruck haben, ja, der ist so deprimiert, der ist so down, der ist so fertig. Wisst ihr, wir sind schnell dabei, aus unserem Fleisch heraus zu sagen, hey, ist doch alles nicht so schlimm. Komm, ich verstehe ja, was du durchmachst, aber schau mal nach oben. Wir sind schnell dabei, Problemlösungen anzubieten. Ja, ich weiß Bescheid, ich weiß, was los ist in deinem Leben. Aber wir wissen es gar nicht. Wir maßen uns das nur an. Aber Gott möchte, dass wir uns umeinander kümmern. Gott möchte nicht, dass wir, dass wir uns abkapseln. dieser Spruch ist nicht dazu gemeint, dass wir uns abkapseln und jeder sozusagen seine eigene kleine Insel ist. So wie es in unserer Gesellschaft leider mehr und mehr der Fall ist. Jeder lebt sein eigenes Leben. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Jeder wird nach seiner eigenen Fasson selig. Wer für sich selbst sorgt oder wie heißt das so schön? Jeder ist sich selbst der Nächste. Wenn alle für sich selber sorgen, dann ist für alle gesorgt. Also das sind alles so diese Tendenzen, die wir haben in unserer Gesellschaft. Die aus unserem Fleisch herauskommen, aus unserer sündigen Natur. Gott will das nicht. Gott will, dass wir uns freuen mit denen, die sich freuen, dass wir leiden mit denen, die leiden, dass wir weinen mit denen, die weinen, dass wir Mitempfinden haben. Wie machen wir das? Ein wichtiger Punkt ist, dass wir uns von der Liebe Gottes leiten lassen, indem wir nämlich uns Zeit nehmen. Uns Zeit nehmen, dem anderen zu begegnen, Zeit mit ihm verbringen, zuhören, tatsächlich mit empfinden und dafür muss man ja echt auch mal die Klappe halten. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Wisst ihr, Gott hat sich Zeit genommen, um mit uns mit zu empfinden, hat er sich die Zeit genommen, ein ganzes Leben zu leben. Jesus ist Mensch geworden, ist so wie du und ich geworden, um mit 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 zu empfinden. Er hat unsere Schmerzen geteilt, er hat unser Leben geteilt, auf der Straße, unter den Armen, unter den Sündern, unter den Ausgestoßenen, unter den Hoffnungslosen, unter den Lebensgierigen. Er hat mittendrin gelebt, hat das Leben geteilt. Und ja, er hat auch gelehrt, aber wisst ihr, er hat auch oft nicht viel gesagt. Er hat oft, wenn Leute zu ihm kamen, hat er immer erst gefragt, was möchtest du denn, dass ich für dich tue? oder er hat gefragt, wie lange hat er das schon? Dieses Leiden. Er ist nicht so einfach fromm drüber weggegangen, sondern er hat sich Zeit genommen. Anteil nehmen, zuhören, einfühlen, Empathie entwickeln, letztendlich die Fremdheit überwinden, denn wir sind erst mal Fremde. Aber wenn wir uns näher kommen, wenn wir uns kennenlernen, wenn wir uns näher kommen, wenn wir uns von der Liebe Gottes leiten lassen und Zeit miteinander verbringen und zuhören, dann überwinden wir mehr und mehr die Fremdheit und dann können wir tatsächlich ein Stück weit erahnen, was der andere durchmacht oder in welcher Freude er sich befindet und können tatsächlich auch mit empfinden. Darüber hinaus gibt es aber was wunderbares, es gibt jemanden, der uns tatsächlich mehr kennt, als wir uns selber kennen. Das ist unser Schöpfer. Wenn ihr Zeit mal habt zu Hause, nehmt euch mal den Psalm 139 vor. Da wird darüber gesprochen. David hat darüber nachgedacht. Gott, du kennst mich durch und durch. Du weißt, wenn ich aufstehe oder wenn ich mich hinsetze. Du kennst meine Gedanken von ferne. Du bist noch weit weg und siehst trotzdem schon oder weißt, was ich denke, wo ich drinstecke. du kennst meine Worte noch bevor ich sie ausspreche. Du kennst mein ganzes Leben, denn es ist schon aufgeschrieben in deinem Buch. Du kennst meine Biografie schon. Sie liegt schon lange auf deinem Nachtisch. Du hast sie schon längst gelesen. Ich lebe sie noch. Ich weiß noch nicht, wie sie ausgeht, aber du kennst das Ende schon. Gott ist so groß und herrlich und so wunderbar. Er ist unser Schöpfer, er kennt uns durch und durch. David sagt, du hast mich in meiner Mutter Leib gewoben. Ich bin eine Handarbeit von Gott. Die ganzen Zellen und er hat die DNA zusammengesetzt und dann diese ganzen Zellen, diese Zellteilung und wie alles miteinander zusammenhängt. Das hat er alles mit seinen Händen, mit seinen Fingern gemacht. Gott kennt uns, erkennt uns besser als uns selbst und David, deswegen kommt David am Ende dieses Psalmes zu diesem Gebet, dass er sagt, Herr, erforsche mich, erkenne mein Herz und zeige mir auf welchem Weg ich bin, was zeige das, was in mir ist, offenbare mir das und leite mich auf dem richtigen Weg. David wusste, Gott kennt mich viel besser, als ich mich selber kenne. Der Geist des Menschen kennt was im Innersten drin ist, aber der Geist des Menschen ist dieses Beziehungsorgan, was erst lebendig gemacht werden muss durch den Heiligen Geist und was in dieser Einheit mit dem Heiligen Geist kennt und weiß, was in der Tiefe des eigenen Herzens ist und diese Inspiration durch den Heiligen Geist wo ich mehr begreife von mir selbst als das, was ich mit meiner Seele so erfassen kann. Da hatten wir letzte Woche einen schönen Spruch zu. Da stand die Weisheit des Klugen ist es seinen Weg zu begreifen. Ich verstehe mich selber, ich erkenne wo der Herr mich hinführt. Gott schenkt mir Inspiration durch den Heiligen Geist über mich selbst und und er gibt mir Impulse mit meiner Seele umzugehen. Das ist was Wunderbares. Psalm 42 sagt David, spricht David zu seiner eigenen Seele. Er sagt, Seele, warum betrübst du dich selbst und bist so unruhig in mir? Vertraue auf Gott, harre auf Gott, warte auf Gott. Er wird dich retten und du wirst ihm danken dafür. Das sind Impulse des Heiligen Geistes, die unser Geist aufnimmt und weitergibt an die eigene Seele. Und die eigene Seele wird aufgerichtet und gestärkt in ihrer Trauer, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Hoffnungslosigkeit. Ja, wir gewinnen Mut, wir gewinnen Kraft durch den Geist in uns. Gott, der Heilige Geist lebt in uns und stärkt uns, gibt uns Impulse und aber nicht nur für uns und das ist es, dieses Mitempfinden, warum kann ich tatsächlich als Kind Gottes noch in stärkerer Weise Mitempfinden, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in mein Herz. Der Geist Jesu lebt in mir, der Jesus, der am Kreuz für alle unsere Sünden gestorben ist, der alle unsere Leiden auf sich genommen hat, der unser Leben geteilt hat, der unsere Schmerzen geteilt hat, der aber auch in wunderbarer, herrlicher Weise verherrlicht wurde. Dieser Jesus lebt in mir und lässt mich mit empfinden in einer Weise, sodass ich tatsächlich meinem Bruder, meiner Schwester nahe bin und er kann mir Worte geben, Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, das ist die Gaben des Heiligen Geistes. Lass uns das mal kurz aufschlagen, 1. Korinther 12, Vers 7 und 8. In dem Dienst, dass wir einander miteinander weinen, miteinander lachen und das steht ja auch in 1. Korinther 12, dass wir mit leiden, dass wir uns mit freuen, wie geschieht das? In Vers 7 steht, jedem aber von den Kindern Gottes wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Wisst ihr, diese ganze Sache mit den Geistesgaben, dass Gott uns Gaben gibt durch seinen Heiligen Geist, ist nicht, damit ich mich irgendwie auf Wolke 7 fühle. Es ist nicht dazu da, dass ich irgendwie irgendwelche spirituellen Erfahrungen habe, sondern, dass ich ausgerüstet werde zum Dienst der Liebe an meinem Nächsten, an meinem Bruder, an meiner Schwester, zum Aufbau, zum Nutzen für die Gemeinde, für den Leib Christi, dass wir wachsen im Glauben, im Vertrauen auf Jesus, dass wir wachsen in dem Dienst, den Jesus uns gegeben hat, im Dienst der Liebe. Dafür hat er uns diese Gaben gegeben und diese Gaben, ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis, wo ich zu meinem Bruder, zu meiner Schwester ein Wort weitergebe. Ich erlebe das immer mal wieder, wenn ich mit einem Bruder, mit einer Schwester rede, in der Seelsorge, jemand kommt mit einer bestimmten Not, er teilt seine Not, er gibt Anteil, das auch habe ich übrigens vergessen eben, wie ich so bin, ich vergesse Dinge. Zum Anteil nehmen gehört auch das Anteil geben. Keine Insel zu sein heißt nicht nur, dass ich mich um den Nächsten kümmere, sondern dass ich auch es zulasse, dass sich jemand um mich kümmert. Dass ich Anteil gebe an meinen Leiden, an meinen Empfindungen, an dem, wodurch ich hindurchgehe. Und wie gesagt, Geschwister kommen, geben mir Anteil an dem, was sie gerade durchleben. Und ich erlebe, dass dann Gott mir ein Wort gibt, vielleicht aus der Bibel oder auch vielleicht ein anderes Wort, was ich ihm dann sage. Ich habe dann nicht dieses Empfinden, boah, ich bin jetzt hier der superheilige Prophet und ich spreche hier, teile jetzt hier die Weisheiten aus, die Weisheiten Gottes. Es ist einfach so, es ist einfach ein klarer Gedanke, den Gott schenkt, den ich weitergebe und es zeigt sich dann, ob es ein Wort Gottes ist, daran, wie es ankommt, was es bewirkt. Und dann geht jemand mit so einem Wort und merkt, ja, hier hat nicht Jörg zu mir gesprochen, sondern hier hat der Heilige Geist, Gott hat zu mir gesprochen. Denn Gott kennt unser Herz. Ich kenne es doch nicht. Ich weiß doch nicht, was los ist. Ich habe es immer mal wieder erlebt, dass wenn ich hier gepredigt habe, Leute mal hinterher auf mich zu kommen und sagen, du hast ja über mich gesprochen. Ich sage, nee, ich kenne dich gar nicht. Es ist der Heilige Geist, der dann spricht und der tatsächlich genau das trifft, genau das anspricht. Er kennt nämlich meine Bitterkeit, er kennt auch meine Freude und sagt etwas dazu. Er kann ein Wort des Trostes sprechen. Er kann den Jubel vermehren sozusagen in mir. und er tut es aber auch in seiner Gemeinde durch den Heiligen Geist, der ausgegossen ist auf die Gemeinde. Wir tun diesen Dienst einander, dass wir einander dienen, durch die Offenbarung auch des Geistes. In Vers 8 dann, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist und so weiter und so weiter und dann steht in Vers 11 dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist. Es ist derselbe Heilige Geist, der in dir ist und der in mir ist. Aber Gott gefällt es und hier steht es, er teilt jedem besonders aus, wie er will. Es ist eben so, dass ich oft nicht ein Wort der Weisheit, ein Wort Erkenntnis für mich selber habe. Weil Gottes gefällt, dass wir einander in der Liebe dienen und dass ein anderer das Wort des Trostes für mich hat, was ich selber nicht habe. Er könnte es mir auch durch den Heiligen Geist mir selber geben. Dann bräuchte ich niemanden und nichts. Ich habe alles. Ich habe den Heiligen Geist in mir. Er spricht mir Worte des Trostes zu. Er freut sich mit mir, wenn ich verherrlicht werde, wenn es mir gut geht, wenn ich Freude habe. Und dann bin ich mit dem Herrn eins, ein Geist mit ihm. Und ich brauche doch niemand anders. Aber das wollte Gott nicht. Gott hat uns nicht als Einzelwesen geschaffen, sondern als eine Familie. Er wollte, dass nicht nur er und wir in Liebe verbunden sind, sondern dass wir auch miteinander in Liebe verbunden sind. Und er macht es so, dass er mir manchmal nicht das gibt, was ich brauche, sondern dass es einem anderen gibt, damit er es mir gibt. Und so wir in Liebe miteinander verbunden sind. Und manchmal gibt er mir etwas, was nicht für mich ist, sondern für jemand anders. Damit wir in der Liebe untereinander wachsen. Und er macht es so, wie er will. Wisst ihr, manchmal wir wünschen uns jemand zu sein, bestimmte Dinge zu tun. Ich möchte für alle ein Tröster sein. Ich möchte alle ermutigen. Ich möchte alle segnen. Ja, wenn jemand da ist, ich will sofort hin und ihm helfen und will ihm irgendwas sagen, was ihn aufbaut. Aber lasst uns dran denken, an diesen Vers. Du bist ein Fremder, du kennst das nicht. Der 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 den anderen kennt, das ist Gott. Lass dich, lass dir Zeit, übe Liebe und das ist das höchste. Paulus sagt in 1. Korinther 13, über alle Geistesgaben steht die Liebe. Und wenn ich diese wunderbaren Erkenntnisse habe, über jemanden, ich weiß ganz genau, warum du so leidest. Gott hat mir gezeigt, dass du so und so und so, weißt du? Und vielleicht stimmt es, aber wenn ich nicht die Liebe habe, dann bin ich nur ein tönendes Erz. Eine klingende Schelle, ich gebe dem eine Schelle mit meiner Erkenntnis. und es trifft das Herz nicht. Derjenige verschließt sich. Was weißt denn du schon? Ich will das nicht hören. Aber wenn wir von der Liebe erfüllt sind, uns Zeit nehmen, hinzuhören, Zeit zu verbringen, wenn wir Anteil nehmen, uns einfühlen, die Fremdheit überwinden, wenn derjenige sich öffnet und uns Anteil gibt an seinem Leben, an seiner Seele, dann hat Gott uns seinen Geist geschenkt, damit wir einander ermutigen, auferbauen, stärken, damit wir miteinander wachsen. Er gibt uns übernatürliche Erkenntnis über uns selbst und über den anderen. Nicht damit wir uns cool fühlen, besonders schlau, uns überheblich dann aufbauen und sagen, ich weiß ja Bescheid über dein Leben und so weiter. Dafür ist es nicht gegeben, sondern dass wir uns ermutigen, dass wir uns auferbauen, dass wir uns stärken im Vertrauen auf den Herrn, dass wir in diesem neuen Leben, was er uns gegeben hat, wachsen und gedeihen. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für deine Liebe zu uns. Wir danken dir für das wunderbare Geschenk des neuen Lebens, dass du uns aus unserer Sünde heraus gerettet hast, aus unserer Verdammnis, aus unserer, ja, aus dem Tod, dass wir Leben haben in dir. Danke, dass du uns durch und durch kennst, ja, und dass dein Ja über uns gesprochen ist und steht und sich nicht ändert. Danke, dass du uns hilfst, ja, dass wir unseren Weg verstehen und unsere Schritte im Leben jetzt richtig setzen auf deinem Weg. Danke, für das wunderbare, kostbare Geschenk deines Geistes in unserem Leben, deines kostbaren heiligen Geistes. Danke, dass wir eins sind mit dir, verbunden in der Liebe. Danke für die wunderbaren Gaben, die du uns gibst durch deinen Geist, dass wir miteinander weinen und miteinander lachen können. Herr, aber uns fehlt es oft. Wir sind, ja, werden immer wieder fleischlich, stellen uns immer wieder selbst in den Mittelpunkt. Herr, fülle du uns neu mit deiner Liebe. dass wir von deiner Liebe geleitet wirklich ein Leib sind, miteinander leiden, uns miteinander freuen. Herr, lass du das weiter wachsen. Amen.